Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo Nämlich ein Infovideo was als nächstes kommen wird Und wie ihr gerade hört, hoffentlich hört habe ich Musik drin die ich sogar verwenden darf Also ich bin glücklich ne Wie ihr seht sind wir auf unserem Kanal Chess, dear friend Und ihr seht gleich im ersten Blick ein neues Video Und ihr seht den Wallpaper Und das habe ich mit NovaSkin gemacht Empfohlen von meinem Freund GamerFlo Unterstrich 20 Ja, wir haben zusammen wieder gemacht Schaut euch das gerne an Ich habe auch seinen Kanal hier verlinkt Und habe ihn auch schon geöffnet hier Das ist ein Kanal Auf jeden Fall mal richtig geil, der Kanal Schaut auf jeden Fall mal vorbei bei ihm Hat schon 11 Abonnenten Ja, hat ein Tutorial gemacht wie man Ein Intro am Handy macht Ist auf jeden Fall informationsreich Hat auch sein Intro noch mal präsentiert Schaut mal vorbei Einfach sich sehr freuen Und über ein Abo auch Und ja, ich wollte euch nur sagen, es kommt das nächste Ein neues Let's Play Das richtig geil wird Ein Let's Play von dem Spiel, das Da ich in der Geschlusszeit Alpha bin Ja, aber ich werde es euch gefallen Ihr wird das Spiel wahrscheinlich schon kennen Es kommt dann auch noch ein neues Let's Play Spiele von A bis Z Ich will in jeder anderen Folge Ich stehe es dir ein Spiel an Von A bis Z im Prinzip Also in der ersten Folge Spiele ich ein Spiel, wo es mit A anfängt Der zweite mit B in der dritten Mit C Der letzte mit Z Ja, ist logisch Und ich versuche auch umlautend zu finden Aber es ist schwerer Ähm Ja, das ist so ein Informator Informationsreich Ich hoffe, es war Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut Dir mal auf meinem Kanal Bis zum nächsten Mal Leute